bevor es mit der wortlosen anleitung losgeht hier noch mal kurz die ziehung der gewinner der verlosung von letzter woche die ich zusammen mit topfruits gemacht habe wir haben insgesamt 26 kommentare meine und doppelte kommentare werden dabei herausgefiltert und ich lasse nun zufällig einen gewinner auswählen herzlichen glückwunsch zum ersten platz du bekommst das große paket aus diesen drei produkten wir ziehen nun platz zwei und herzlichen glückwunsch du bekommst das mittelgroße paket bestehend aus diesen beiden produkten und nun ziehen wir noch platz drei und herzlichen glückwunsch du bekommst dieses tolle produkt meldet euch bitte per mail bei mir und jetzt auf zum sprossen ziehen musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.